So, meine Hacking-Freunde, herzlich willkommen zur Mathe-Stunde Nummer 1 beim lieben Herren Sub to the Way to the Z. Heute lernen wir die Haste-Theorie, okay? Eject. 30 Tage, das ist natürlich ein Monat, kosten 5 Euro. So, Eject. 90 Tage kosten 25 Euro. So, was sind 90 Tage? 90 Tage sind 30 Tage mal 3, okay? Also, rechnen wir mal den Preis von den 30 Tagen mal 3, okay? Das sind 5 mal 3. Das ergibt 15 Euro. Okay, jetzt kommt es noch besser. Ich mag es nicht. Warte, 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 warte. Ich habe es gar nicht geklappt. Shit, ich bekomme keine Luft, Mann. Hilf mir, hilf mir, Digga. Ich glaube, ohne. Warte, warte. Nein, kauf mir lieber die 180 Tage. Warte, warte. Ich muss kurz rechnen. Ich komme gerade nicht auf mein Leben klar, okay? 180 durch 30, okay? Das sind 6, okay? Dann rechnen wir mal die 5 mal 6. Das sind 30! Er verkauft es für 40! Er verkauft es für... Jetzt. Und läuft dann ganz auf 3, Digga. Ja, ich will Icarus kaufen. Nein, ich kaufe jetzt mal Icarus, Digga. Ich verkaufe mal Icarus, Bro. Bro, gehen wir rein in die Olga. Wir gehen jetzt auf Icarus, Bro. Wir gehen full on, full on, Digga. Full on Icarus. Okay, wie funktioniert diese? Diese. Kannst du mir helfen? Wie rechne ich das jetzt? Warte, warte. Digga, ich glaube... Da sind 3 Monate. Warte, da sind 3 Monate. Da ist 1 Monat, okay? Bedeutet, wir müssen das mal 3 multiplizieren. Stimmt das? Verstehe ich das richtig, okay? 5 mal 3 sind 15 Euro. Er verkauft es für 17,50, Digga. Gar kein... Warte, warte. Jetzt kommt es besser, Digga. Die 30 Tage jetzt mal 6, okay? 5... Warte, warte. Ich kann gar nicht mehr tippen, Mann. Ich bin so weg, Digga. Ich habe das gerade... Leute, ihr müsst euch vorstellen. Ich habe das gerade erst jetzt realisiert. Patrick hat mich gerade darauf hingewiesen, ja? Digga, ich packe mein Leben gerade... Komplett nicht. Mann, das ist gerade eine... 5 mal 6. ...reale Live-Reaction, Digga. Ich... Mann, ich bin weg, okay? Okay. 5 mal 6 ergibt 30. Er verkauft für 40, Mann. Für 40. Woher kommen die 10 Euro, denn, Mann? Tell me, tell me. Eigentlich 2 mal 3 Monate verkaufen. Ah, ja. Ist wahrscheinlich... Warte, 2 mal 3 Monate? 2 mal 3 Monate? Das ergibt doch 6 Monate, oder? Rechne ich das richtig? Okay, versuchen wir mal 2 mal 3. 17,50 mal 2. 35 Euro. Yeah, well, that adds up, dude. It isn't like... Like, 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 like... Ich weiß nicht mal mehr, was ich dazu sagen soll. Und zum Lifetime, Digga, das sage ich gar nicht... Also da, kein Kommentar, Digga. Ich muss los. Ich weiß. Just... Nice. Ich weiß.